Sanke Tanaka, 76 cm Weiblich Gochipenis Sanke, eine schöne Naase Der Sumi ist noch nicht fertig Da ist eine sehr schöne Hautqualität, das sieht aus wie wenn Matsunoske mit drin ist Hier die Glitzerschuppen da an der Seite, das ist typisch Matsunoske, ja von der Körperform her Ist 5 Jahre alt, 80, 85 hier kann der schaffen Das ist nicht sehr schön, ich glaube, dass wir das noch nicht ganz schön haben Und das ist nicht so schön, ich habe den Katz-Benzel gefunden Das ist nicht so schön, ich glaube, wie schnell noch bei mir ist Vielen Dank.